Ok, ich geh mal in die Häuser rein. Hier ist noch ein Holoviesie. Boah, wo? Ne, in Häusern. Südwestlich. Ich seh ihn noch nicht. Siehst du ihn? Bist du betroffen? Nein, aber das war ja gleich vor uns. Exakt südwestlich. Auf dich? Nein, eben nicht. Auf mich auch nicht. Aber vor uns explodieren halt Granaten, das heißt. Wir geben es sich gerade hart. Ich versuch mal zu flankieren. Ich geh mal hier nach außen und versuch mal den in die Flanke zu schießen. Vielleicht fällt es mir ja gar nicht auf, wenn der so umballert. Ich probier's auch gerade, dass ich von hinten reinkomme. Weil ich mach zu viele Geräusche. Mal mal 4 könnte ich da schon mit dem Hedger rein rausnehmen. Ich bin in den Gebäuden drinnen, klar. Ich bin in den Gebäuden drinnen, klar. Das ist ja keine Sau, Alter. Das ist ja keine Sau, Alter. Ich bin in den Gebäuden drinnen. Der KR 98! Gesehen ist erschossen. Und wo war der? von dir aus gesehen linken roten Gebäude ich glaube das war nicht der einzige